So Leute und herzlich Willkommen zum elften Tag der 30-Tage-Challenge. Heute ist der Felix dabei hinter der Kamera. Guten Morgen. Und zwar sind wir gerade erst mal hier runter zum Sportplatz gefahren und mich haut es erstmal von meinem Pennyport runter. Wir sind halt die Straße runter gefahren und dann bin ich irgendwie, also habe das Gleichgewicht verloren und dann bin ich erstmal so volle Kanne so nach hinten umgekippt, aber ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Also wir spielen jetzt noch eine Runde Fußball und dann sprechen wir noch ein Thema an. Bis dahin, ciao. So Leute, also kleine Planänderung. Anstatt dem Thema spielen wir heute einfach Fußball. Ich zeige euch einfach mal wie man die Sachen richtig macht. Es gibt sozusagen eine Trickshot-Combination. Also ganz viele überaus faszinierende Tricks zusammengefasst in diesem Video, die man unbedingt nachmachen muss. Also abdeabonniert die ganzen großen Fußball-Youtuber und schaut einfach weiterhin meine Videos. Dann wisst ihr einfach wie es geht. Also viel Spaß. Ihr sch AUTISburg das ist This is it, the apocalypse I'm making up my feeling in my bones Enough to make my system grow Welcome to the new age, to the new age Welcome to the new age, to the new age Radio I2, radio I2 Radio I2, radio I2 The old systems grow, the sun hasn't died Deep in my bones, straight from inside The old systems grow, the sun hasn't died Deep in my bones, straight from inside I wake it up, I feel it in my bones To make my system grow Welcome to the new age, to the new age Welcome to the new age So guys, that's it for the video We'll see you next time Bis dahin, ciao!